Ach du Scheiße, mir brummt der Schädel. Verdammter Kack. Ich hätte nicht so viel Jägermeister saufen sollen. Boah, und schlecht ist mir. Meine Güte, was für ein Kater. Scheiße, wo bin ich denn hier? Leute, wo bin ich hier? Was ist denn das für ein verdammtes Loch hier? Gibt's doch gar nicht. Hey, Moment, jetzt kommt es wieder zurück. Das war gar kein Jägermeister. Ich saß in meinem Studio. Ich wollte die Liveaufnahme vorbereiten. Ja, und dann klopft es an der Tür. So ein Typ kommt rein und zieht mir voll eins über den Schädel. Oh, meine Güte. Guck mal, die Gitter sind verfennt. Die Fenster sind vergittert. Seht ihr, das kommt alles bloß mit einem Schlag auf den Kopf. Kann ich schon nicht mal reden. Leute, ich glaube, ich bin entführt worden. Ich bin gekidnappt worden. Da will jemand nicht, dass ich die Liveübertragung mache. Hey, Leute, ihr müsst mir helfen. Ihr müsst mir heraushelfen. Irgendeinen Weg muss es doch heraus geben. Scheiße. Leute, also echt. Ich sage euch jetzt, was hier alles rumliegt und ihr helft mir bitte. Okay? Das kriegen wir zusammen hin. Bestimmt. Zeit auf. Geigen. Marie fucked auf. Ginget. Disg mustache. Schnauze. Geigen. Vielen Dank.